Jo, da sind wir wieder zum Part 2, fahren weiter mit einer Minute Herfuhrung. Jetzt können wir auch mal die Klappen aufmachen. Na ja, so weit nicht. Nur 54. Hä? Aber wir müssen hier lang. Wie vor unser Kollege kommt. Und hier ist mal wieder 30. Querstraße und wir sind nicht so viel für Frühung. Muss ich doch mal gleich gucken, ob ich die Zeit ein bisschen vormach. Wenn er kommt hier. Na, jetzt haben wir drei Minuten für Frühung noch. Aber das ändere ich. So. Gut, fahren wir ab. Hier ist ja immer noch 30 wieder und ich drehe mal was. Nächste Haltestelle, Hermannstraße. Hermannstraße. Kommt keiner. War doch richtig. Und jetzt noch einmal hier so. Bevor der kommt schnell rüber. Ich weiß nicht, wir müssen da. Bloodbeck Best ist hier. Ich weiß auch nicht, warum wir heute so viel Verfrügung haben. Wir fahren einfach zu gut. Europa Brücke. Nächste Hattestelle, Schuldwiese. Einmal Fernlicht hier an. Na ja, dann ist wieder Licht. Und die Park gehts hier auch ran, sofort grün. Das steht aber keiner. Können wir gleich weiter fahren mit unserem C2. Nächste Hattestelle, Wurzstraße. Ja, das mache ich hier auch gleich noch. Äh, nächstes Mal hin. Das Mercedes-Benz. Und ja. Yay, wir haben eine rote Ampel. Und die hat uns auch nicht viel gebracht. Außen alle. Jetzt holen sie schon alle raus. Oder wie? Naja, aber das... Das legt uns ja nicht ab. Ich fahrt schon immer viel zu schnell. Hallo. Hallo. Mein Schatz, ich liebe dich. Und so weiter und so vor. Kennt bestimmt. Nächste Hattestelle, Wieberstraße. Wieberstraße. Bei den C2 weiß man nicht richtig, wie schnell man fährt. Wieberstraße. 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 Wir müssen nach Trochgassen, was könnte das sein? Guten Abend. Guten Abend. Da kommt doch einer. Wieder 30 hier. Nächste Haltestelle, Berkenstockstraße. Da ist auch schon Schluss gleich. Und weiter geht's. Nächste Haltestelle, Ahrenbergstraße. Die ist genau da. Und wir haben schon wieder ein bisschen viel verprühen. Ich spule einmal kurz die Zeit vor. Eine Minute. Und jetzt haben wir schon Verspätung. Na Klasse. Nur eine Minute vor Früh. Dings in zwei und drei. Oh, wie schnell. Manfred hat nicht gemeckert. Das ist gut. Und ja. Nächste Haltestelle, Tunnelstraße. Was war das denn? Komisch. Kursch. Doch, da ist jemand raus. Noch vor den Strich. Geil. Das ist gut. Kommt da einer. Nö. Kommt keiner. Nächste Halterstelle. Riedenstraße. Bin ich doch schon. So, weiter geht's. Nächste Halterstelle. Phenolchemie. Ihr wollt mich schon alle verlassen, ne? Nur der Erik da hinten, der bleibt sitzen, der macht das richtig. Na gut, ich hoffe es hat euch für die beiden Parts gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich doch. Und ja. Dann abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und jo. Und da sind wir auch. Na gut. Na ja zu früh manchmal, aber. Ist ja egal. Okay. Und. Ich sag tschüss. Und der C2 sagt auch tschüss. Und tschüss.